Ich heiße Maldou. Wanze, Maldou. Das also ist der berüchtigte Privatelektrieb Maldou. Warum? Was ist denn so schlimm daran? Weißt du, Wanze, ich dachte, vielleicht nützlich so. Ja, ja. In meinem Beruf gewöhnt man sich ans Wagen. Das gehört einfach dazu. In der Zwischenzeit beobachtete ich den Mann aus dem Haus. Irgendwo auf der Welt gibt's ein kleines bisschen Glück und ich träum davon in jedem Augenblick. Und jetzt ist er noch eine müde. Und jetzt ist er noch eine müde. Jetzt habe ich noch ein kleines Gerät. In der Zwischenzeit in der Zwischenzeit oder in der Zwischenzeit und in der Zwischenzeit auf den Aufwand. In der Zwischenzeit